Hallo liebe Kinder, schön, dass ihr dabei seid bei Ellas Märchenstunde. Heute erzähle ich euch die Geschichte Schneeweißchen und Rosenrot. Ich wünsche euch viel Spaß, eure Ella. Schneeweißchen und Rosenrot Vor langer, langer Zeit lebte eine arme Witwe mit ihren beiden Töchtern in einer kleinen Hütte allein in einem großen Wald. Vor dieser Hütte standen zwei Rosenbüsche. Der eine Rosenbusch trug wunderschöne rote Rosen an seinen Zweigen. Der andere Rosenbusch trug wunderschöne weiße Rosen an seinen Zweigen. Beide waren von einer Zartheit und Schönheit beseelt, dass es jedem Wanderer, der an dem kleinen Häuschen vorbeikam, schwer fiel, den Blick von den Rosen abzuwenden, um weiterzugehen. Da die beiden Töchter von der gleichen Zartheit, Reinheit und Schönheit beseelt waren, wie die beiden Rosenbüsche, wurden sie Schneeweißchen und Rosenrot genannt. Schneeweißchen war die stillere und sanftere von beiden. Sie saß oft bei der Mutter, schürte das Feuer so, dass es in der kleinen Hütte immer schön warm und kuschelig war, stellte den Kessel aufs Feuer, damit alle am Morgen und am Abend einen warmen Tee bekamen. Rosenrot hingegen lief lieber im Wald und auf den Wiesen umher, pflückte Blumen und brachte sie dann mit nach Hause, um die Zimmer damit zu schmücken. Beide halfen der Mutter, die kleine Hütte rein und sauber zu halten. Auch waren sie von großer Freundlichkeit gesegnet. Sie achteten Mensch und Tier gleichermaßen und taten keinem Lebewesen etwas zu Leide. Ihre Liebe zueinander war wie ein großes, unzertrennliches Band zwischen ihnen. Jedes Mal, wenn sie zusammen in den Wald gingen oder ins Dorf, fassten sie sich an die Hände und Schneeweißchen sagte, »Niemals wollen wir uns verlassen« und Rosenrot erwiderte, »Solange wie wir leben nicht« und die Mutter fügte hinzu, »Was die eine hat, soll's mit der anderen teilen.« So gingen beide zusammen oft in den Wald, pflückten Beeren, sammelten Pilze, trugen Holz zusammen oder fütterten die Tiere. Die Tiere hatten keine Angst vor den Beiden und es war ganz selbstverständlich, dass der Hase das Kohlblatt von den Beiden aus der Hand fraß, das Reh an ihrer Seite graste, die Vögel ihre schönsten Lieder zwitscherten und die Wildschweinfamilie vorbeikam und den Beiden ihre Frischlinge vorstellte. Auch kam es schon mal vor, dass Schneeweißchen und Rosenrot die Zeit im Wald vergaßen und es dunkel wurde. So blieben sie im Wald, suchten sich einen gemütlichen Platz auf dem Moos unter einem Baum und übernachteten im Wald und kein Leid trat über sie herein. Die Mutter machte sich keine Sorgen, denn sie wusste, ihre beiden Töchter sind wohl behütet. Sehr oft saßen die drei gerne am Feuer und die Mutter las aus ihrem großen Buch etwas vor. Das kleine Schäfchen lag neben ihnen und döste vor sich hin. Ein weißes Täubchen saß auf einer Stange und hatte seinen Kopf unter den Flügel gesteckt. So geschah es, dass an einem bitterkalten Abend, als die Schneeflocken gegen die Scheibe prasselten und niemand gerne mehr draußen weilte, es an der Tür klopfte. Die Mutter sagte zu Rosenrot, mach auf, mein liebes Kind, es wird draußen ein Wanderer stehen, der bei dem kalten Wetter ein Dach über den Kopf sucht. Rosenrot ging zur Tür, machte diese auf und stieß einen lauten Schrei aus und wich zurück, denn vor ihr stand kein Wanderer, sondern ein riesiger schwarzer Bär. Vor lauter Schreck blökte das Schäfchen und lief aufgeregt hin und her. Das Täubchen flatterte von einer Ecke zur anderen. Schneeweißchen versteckte sich hinter dem Bett von der Mutter und alle schauten den Bären mit großen Augen an. Da sprach der Bär, Habt bitte keine Angst vor mir, ich werde euch nichts tun. Es ist nur so bitter, bitter kalt da draußen und ich bin schon halb erfroren. Ich möchte mich nur ein wenig bei euch aufwärmen. Da ging die Mutter zur Tür und sagte, Du armer Bär, du sollst nicht frieren, auch wenn unsere Hütte sehr klein ist, aber für dich haben wir immer noch Platz. Leg dich ans Feuer, aber pass nur auf, dass du dir dein Fell nicht verbrennst. Weiter rief sie zu ihren Töchtern, Schneeweißchen, Rosenrot, kommt hervor, der Bär tut euch nichts, er meint es ehrlich mit uns. Da näherten sich die beiden den Bären und auch das kleine Schäfchen hatte keine Angst mehr und die Taube setzte sich wieder ruhig auf die Stange. Keiner spürte Angst. Schneeweißchen und Rosenrot aber sahen, dass das Fell vom Bären noch voller Schnee war und fragten ihn, ob sie ihm sein Fell bürsten dürfen. Dieser nickte ganz zufrieden und ließ es geschehen. Als die beiden mit dem Säubern des Fells fertig waren, fingen sie an, den Bären zu kraulen. Erst hinter den Ohren, dann an seinem Bauch und seinen Nacken. Der Bär brummte nur so vor sich hin. Irgendwann ging das Gekraule in Gekitzel über und es gab ein großes Gelächter und Schneeweißchen und Rosenrot merkten, wie kitzelig der Bär doch war. Sie alle hatten großen Spaß zusammen und als es spät wurde, da sagte die Mutter zu den Bären, Du kannst die Nacht hier vor dem Feuer verbringen, so brauchst du nicht raus in die Kälte und den Schnee. Am nächsten Morgen verließ der Bär die Hütte und kam nun jeden Abend das Mütterchen mit den beiden Töchtern besuchen und die Mutter erlaubte ihm, die Nacht in der Hütte zu verbringen. Dann war es soweit und die Kraft der Sonne wurde stärker. Die Sonnenstrahlen ließen den Schnee schmelzen und die ersten Krokusse erblickten vorwitzigerweise das Licht der Erde. Die Jahreszeit des Frühjahrs begann und so sagte der Bär eines Morgens zu Schneeweißchen, Liebes Schneeweißchen, das war vorerst meine letzte Nacht bei euch, denn der Frühling ist da und ich darf den ganzen Frühjahr und Sommer nicht zu euch kommen und euch besuchen. Warum denn nicht? fragte Schneeweißchen fassungslos. Ich muss in den Wald zurück, zu meiner Höhle und meine Schätze vor dem bösen Zwerghüten, sprach der Bär. Der Zwerg wohnt in der Erde und im Winter gibt er Ruhe, weil er sich da nicht durch die Erde graben kann, doch sobald die Krokusse es schaffen, sich durch die Erde ihren Weg zu bannen, um ihre schönen Blüten den Menschen zu zeigen, dauert es nicht lange und der Zwerg gräbt sich auch wieder durch die Erde und will an meine Schätze. Und was er erst einmal gestohlen hat, das gibt er so schnell nicht wieder her. Schneeweißchen wurde ganz traurig ums Herz. Sie umarmte den Bären und wünschte sich, dass es nicht so lange dauern wird, bis sie ihn wieder sieht. Als der Bär durch die Tür ging, blieb er an einem Türhaken im Holz hängen und holte sich eine Schnittwunde. In dem Moment war es Schneeweißchen so, als ob sie Gold durch seine Haut durchschimmern sah, doch war sie sich nicht sicher. So vergingen einige Tage und die Mutter schickte ihre Töchter in den Wald, um Holz zu holen. Als sie tiefer in den Wald kamen, sahen sie aus der Ferne einen gefällten Baum und an dem Baum hüpfte etwas hin und her, was aussah wie ein aufgeschrecktes Huhn. Nur gackerte es nicht so, sondern schimpfte und meckerte lauthals und diese Worte waren so gruselig und so rücksichtslos, dass ich die erst gar nicht hier zu erzählen vermag. Als Schneeweißchen und Rosenrot näher kamen, erkannten sie einen Zwerg mit einem uralten, verknitterten Gesicht, der aufgeregt hin und her hüpfte, denn er hatte seinen langen weißen Bart in der Spalte des gefällten Baumes eingeklemmt. Der Zwerg glotzte die beiden Mädchen aus zwei roten, großen Augen an und fingern zu schreien. Hey, was steht ihr denn da so rum? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Nö, bloß nicht helfen, immer schön glotzen. Mann, 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 alles muss man immer selber machen. Auf niemanden ist mehr Verlass. Also, was ist? Könnt ihr nicht mal anpacken und mir helfen? Die Mädchen waren ganz erschrocken von den wilden und forschen Worten des Zwerges. Dennoch blieben sie aber freundlich und Rosenrot fragte Was hast du gemacht, kleines Männchen? Dumme Gans, rief der Zwerg. Das sieht man doch. Den Baum wollte ich fällen, wollte mir ein bisschen Holz machen für meinen Herd. Ich brauche ja nicht so viel Holz wie ihr vielfressenden Menschenkinder. Und als ich da so meine Axt in den Baum schlug, fiel der Baum doch schneller als gedacht und mein schöner, edler, weißer Bart wurde eingeklemmt. Und da mein restlicher Körper an dem Bart hängt, kann ich nun mal nicht weg. Kapiert? Oder kommt ihr da immer noch nicht hinterher? Also, macht was! Und zwar ein bisschen hurtig! Ich will dir keine Jahre mehr zubringen! Beeilt euch! Zack, zack! Die beiden Mädchen nahmen ihre ganze Kraft und versuchten, den Baum anzuheben. Aber nichts passierte. Auch zogen sie an dem Bart und rüttelten an dem Bart. Aber auch da passierte nichts. Rosenrot erkannte, auch wenn sie sich noch so anstrengen würden, sie haben nicht die Kraft, alleine den Zwerg zu befreien. So sagte sie, »Habe noch etwas Geduld, Zwerg. Ich werde ins Dorf gehen und Hilfe holen. Dann schaffen wir es sicherlich, mit mehreren Leuten dich zu befreien.« »Bist du noch des Wahnsinns?« schrie der Zwerg. »Was willst du mir hier noch mehr fremde Leute schicken? Ihr zwei seid mir ja schon zu viel. Habt ihr beiden Schlauköpfe denn keine bessere Idee?« »Ich hab's!« rief Schneeweißchen. Sie holte ihre Schere aus der Tasche und schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, schnitt sie das Ende vom Bart dem Zwerg ab. Dann endlich war der Zwerg frei. Doch anstatt glücklich zu sein und sich zu bedanken, schnappte der Zwerg seinen Beutel, der zwischen den Wurzeln des Baumes steckte, und rief den Mädchen zu. »Ihr seid wirklich ein ungehobeltes Volk! Wie kommt ihr nur dazu, einen Teil von meinem stolzen Bart abzuschneiden? Der Teufel soll's euch danken!« Und er rann wie der Blitz in den Wald hinein, ohne sich noch einmal umzudrehen. Schneeweißchen und Rosenrot schauten sich an und wussten nicht, ob sie lachen oder weinen sollten. So ein undankbares und freches Wesen haben sie noch nie gesehen. Doch sie entschieden sich, dass sie sich nicht über diesen Zwerg ärgern und durch ihn auch nicht den Tag verderben lassen wollten. Und so sammelten sie in aller Ruhe und singend ihr Holz ein, damit sie am Abend eine heiße Suppe kochen konnten. Einige Tage darauf war der Appetit auf Fisch bei Schneeweißchen und Rosenrot so groß, dass sie beschlossen, an den Fluss zu gehen und zu angeln. Von Weitem vernahmen ihre Augen eine große Heuschrecke auf dem Wasser, die immer hin und her sprang. Doch als sie näher kamen, erkannten sie den Zwerg wieder. Sie riefen ihm zu, er solle doch nicht ins Wasser springen. Was glaubt ihr, wer ihr seid, ihr drei Käse hoch und neunmal kluge Gören? Sehe ich etwa so aus, als ob ich ins Wasser springen will? Einen Fisch wollte ich mir angeln, doch mein Bart verhedderte sich an der Angel und im gleichen Moment biss der Fisch an. Nun habe ich den Fisch an der Angel, kann ihn aber nicht aus dem Wasser herausziehen, weil mein Bart mit der Angel eins geworden ist. Also steht nicht so glotzend da herum, sondern schaut, dass ihr mich befreien könnt. So stiegen die Mädchen ins Wasser und versuchten, den Bart von der Angel zu befreien. Doch das war alles andere als eine leichte Aufgabe, denn der Bart war mit der Angelschnur so verflochten, dass nur noch eins half. Schneeweißchen holte ihre Schere wieder aus der Tasche und schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, schnitt sie das Ende vom Bart dem Zwerg ab. Der Zwerg aber schrie, Seid ihr vom Teufel geschickt? Oder wer seid ihr? Dass ihr es wagt, meinen Bart zu schädigen, mein liebstes Stück. Ich kann bald nicht mehr unter meinesgleichen gehen, weil ich von euch so verschandelt bin. Ich weiß gar nicht, warum ich immer wieder auf euch Wirrköpfe treffe. Er nahm sich seinen Sack, der versteckt im Schilf lag und voller Perlen war. Und ohne ein Wort zu sagen, rann er wie der Blitz zum nächsten Stein und vergrub sich in die Erde. Schon wieder guckten sich die beiden hübschen Mädchen an und wussten nicht, was sie dazu sagen sollten. Aber auch hier entschieden sie sich wieder, dass sie sich von diesem ungehobelten Zwerg nicht den Tag verderben lassen wollten. So trug es sich zu, dass die Mutter eines Tages die beiden Mädchen in die Stadt schickte, um Zwirn, Nadeln, Schnüre und Bänder zu kaufen. Der Weg allerdings ging durch die flache Heide, die an diesem Tag in einem ihrer schönsten violetten Farben erblühte. Plötzlich sahen sie hoch über ihnen einen großen Adler, der in einer majestätischen Gewandtheit über ihnen kreiste. Als er immer tiefere und tiefere Kreise zog, stürzte er sich plötzlich mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit ganz in ihrer Nähe auf die Erde hinab. Im selben Moment hörten sie einen ohrenbetäubenden Schrei. Liefen zu der Stelle, wo der Vogel war und erkannten, dass der Adler was in seinen Krallen hatte, was sie kannten. Es war der Zwerg. Da die beiden Mädchen ein so großes, liebevolles Herz hatten, packten sie den Zwerg und ließen ihn nicht mehr los. So konnte der Adler mit seiner Beute nicht wegfliegen. Irgendwann ließ der Adler seine Krallen von dem Zwerg los und flog davon. Da löste sich der Zwerg aus den Händen von den Mädchen und schrie beide hysterisch an. Konntet ihr denn nicht aufpassen? Was seid ihr nur für ungehobelte Gören? Habt meine Kleider zerrissen und mein Hemd durchlöchert! Er nahm seinen Sack, der gefüllt war mit Edelsteinen und sauste wie ein Blitz davon unter den nächsten Stein in seine Höhle. Da Schneeweißchen und Rosenrot die undankbare und hitzige Art vom Zwerg kannten, wunderten sie sich gar nicht mehr und gingen weiter in die Stadt. Als die Mädchen sich auf dem Rückweg befanden, ging die Sonne schon unter und die letzten Sonnenstrahlen tauchten den Horizont in ein orangefarbenes, violettes Licht, das aussah, als ob der liebe Gott die Erde für diesen Moment verzaubern wollte. Dann, am Wegesrand, sahen sie den Zwerg an einen Felsen gelehnt, der seine Edelsteine vor sich ausgebreitet hatte. Diese glänzten und leuchteten in dem wundervollen Licht in aller Pracht. Es funkelte in allen Farben, dass die Mädchen stehen blieben und sich dieses Farbenspiel genau betrachten wollten. Als der Zwerg die Mädchen sah, erschrak er und rief denen zu, Was soll das denn werden? Beobachtet ihr mich? Seht zu, dass ihr Land gewinnt, sonst werde ich euch Beine machen, ihr habt hier nichts zu suchen. Er holte noch einmal tief Luft, um seinen Ärger weiter fortzusetzen. Als plötzlich hinter ihm ein großer Bär auftauchte. Zutiefst erschrocken sprang der Zwerg auf und wollte sich unter einen Stein verstecken. Doch war der Bär schneller und hielt seine große Bärentatze auf dem Stein, sodass der Zwerg nicht hinunter konnte in sein Erdenreich. Habt Erbarmen, lieber Herr Bär, stotterte der Zwerg mit Angst in der Stimme. Ich will euch von all meinen Schätzen was geben. Lasst mich am Leben und ihr sollt dafür reichlich, ja, ihr sollt dafür reichlich belohnt werden. Ich bin doch nur ein kleines Appetithäppchen für euch und ihr merkt mich doch gar nicht zwischen euren Zähnen. Aber schaut dort drüben, die Mädchen! und er zeigt auf Schneeweißchen und Rosenrot. Ja, die beiden wären doch was für dich. Die haben auch ein bisschen mehr auf den Rippen als ich. Bitte, 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 verschont mich! Doch der Bär hörte nicht die Worte, die der Zwerg von sich rief. Er hob seine Tatze und mit einem einzigen Schlag machte er den Zwerg zunichte, sodass er sich nicht mehr rührte. Doch die Mädchen liefen vor lauter Angst und Schrecken davon und wollten nur noch nach Hause. Da rief der Bär ihnen hinterher. Schneeweißchen und Rosenrot, bitte wartet doch auf mich, habt keine Angst, ich bin es doch, euer Bär! Da erkannten sie die Stimme, blieben stehen und drehten sich um und sie kamen aneinander näher. Und plötzlich, als der Bär ganz dicht bei ihnen stand, funkelten um ihn herum tausende Sterne, die ihn umkreisten und der Bär verlor sein Bärenfell. Jetzt stand vor ihnen ein wunderschöner junger Königssohn ganz in Gold gekleidet. Ich bin ein Königssohn, sprach er, mich hat dieser unbarmherzige Zwerg in einen Bären verzaubert und hat mir all meine Schätze gestohlen. Ich konnte nur durch den Tod von dem Zwerg erlöst werden. Da lief Schneeweißchen direkt auf ihn zu, schaute in seine Augen und küsste ihn. Der Königssohn fragte Schneeweißchen, ob sie mit ihm auf sein Schloss kommt und seine Gemahlin werden möchte. In großer Freude willigte sie ein und da der Königssohn noch einen Bruder hatte und dieser sich bei der Ankunft sofort in Rosenrot verliebte und Rosenrot sich in ihn verliebte, wurde eine Doppelhochzeit gefeiert. So lebten alle glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende auf dem Schloss zusammen, weil nichts und niemand sie trennen konnte. So, liebe Kinder, das war die Geschichte Schneeweißchen und Rosenrot. Ich hoffe, diese Geschichte hat euch gefallen. Liebe Grüße, eure Ella. Ciao. Ciao. Ciao.